Was ist das Zieten für einen Infektionsherd für eine gute Lehre-Bazillus? Ich sehe Zieten wirklich als eine Art Infektionsherd für einen gute Lehre-Bazillus. Zieten ist für mich die Therapie endlich mal, die wir in Gange bringen, um die Lehre nach vorne zu bringen und das wird auch Zeit. Wir haben uns als TU viel zu wenig mit der Lehre auseinandergesetzt. Zieten ist für mich eine hervorragende Möglichkeit in offener Atmosphäre innovative Lehrkonzepte zu diskutieren und Erfahrungen mit anderen Lehrenden auszutauschen. Zieten ist für mich ein Ort, wo man einfach mal frei, statusgruppenübergreifend reden kann über Studium und Lehre an der TU und wie man das verbessern kann. Und zwar ohne Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Man kann einfach frei über alles reden und man kann seine Probleme mal loswerden. Zieten ist eine Bewegung zu einem größeren Miteinander an der Hochschule zwischen den unterschiedlichen Statusgruben. Nein, Zieten ist schon der Versuch, sich auf einer übergeordneten Ebene, aber mit Leuten, die aktiv in der Lehre beteiligt sind, Gedanken zu machen, wie man die Lehre verbessern und weiterentwickeln kann. Und das ist schon einzigartig. Und ich würde eben ein Zieten für alle durchaus befürworten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020